Zur Navigation Springen zur Suche Springen Richard Franz Georg Romanowski war ein österreichischer Schauspieler und Komiker. Er wirkte von 1931 bis 1961 in über 40 deutschen und österreichischen Spielfilmen mit. Leben Richard Romanowski war Sohn des Bahnbeamten Johann Romanowski und seiner Ehefrau Henriette, geborene Hofmeister. Seine Tante war die Opernsängerin Anna Sachse Hofmeister. Er arbeitete zunächst als Schlosser und Holzbildhauer. Nach Schauspielunterricht erhielt er 1905 ein Engagement am Deutschen Volkstheater in Wien, in Tschernowitz, 1906 am Stadttheater Snaim, dann in Linz, Graz und 1912 am Deutschen Theater in Prag. Im Jahr 1924 spielte er in Wien und ab 1925 in Berlin an verschiedenen Bühnen, darunter am Deutschen Theater. In den 1930er Jahren kehrte er nach Wien zurück, wo er von Max Reinhardt an das Theater in der Josefstadt engagiert wurde und er 1925 26. und 1930 31. Ensemblemitglied war. Wie im Theater wurde Romanowski auch im Film meist als eher komische Figur eingesetzt. Ob als Fürst in der Ammenkönig oder, häufiger, als subalterner Angestellter, spielte er immer wieder Randpersonen, die durch Unbeholfenheit einerseits und übertriebenes Auftrumpfen andererseits belustigend wirken. Im Jahr 1954 musste er sich wegen eines Augenleidens einer Operation unterziehen, die erfolgreich verlief. Am 18. April 1958 erhielt er aus Anlass seines 75. Geburtstags die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien. Richard Romanowski war seit 1912 mit Gabriele Antonia Maria Scheiter verheiratet. Romanowski wohnte seit vielen Jahren permanent im Kurhotel Landessanatorium, Bad Hall, wo er am 15. Juli 1968 einen Unfall erlitt, an dessen Folgen er eine Woche später im Landeskrankenhaus Steyr verstarb. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Urnenfriedhof am Tabor in Steyr, neben seiner Frau Gabriele. Ruhestätte sich auf dem Urnenfriedhof an. Ruhestätte sich auf dem Urnenfriedhof an. Ruhestätte sich auf dem Urnenfriedhof an. Ruhestätte sich auf dem Urnenfriedhof an.